Alola und herzlich willkommen zurück zur Pokémon-Sonne-Naslog-Challenge. Im heutigen Part machen wir hier in Malie-City weiter. Den Ziergarten hatten wir im letzten Part erkundet. Aber warte mal, hier stand noch eine Karte da. Können wir die anschauen? Wird die uns groß angezeigt? Eine Karte des Malie-Ziergartens. Ihm scheint ein Motiv zugrunde zu liegen. Das sieht echt aus wie ein Motiv. Könnten das Pokémon sein, die da... ...schemenhaft abgebildet worden sind? Oder ein Pokémon? Ich weiß es nicht. Ja, sehr interessant das Ganze. Gut, wir waren hier im letzten Part. Jetzt machen wir hier weiter. Und wir sollen vor allem mit dem Bus auf Route 10 in den Bus einsteigen. Und mit dem dann zur ersten Käppenprüfung fahren. Ich habe gehört, in Malie-City sollte man sich auf keinen Fall den Ziergarten entgehen lassen. Ja, ja. Wir hatten ja Malie-City. Jetzt kommt es mir langsam wieder. Bis hierher erkundet. Aber Lilly hatte uns im letzten Part nicht weitergelassen. Und jetzt geht die Interaktion erneut los, oder was? Hast du etwas Zeit für mich, Merlin? Ich habe eine Bitte. Aha, okay. Ja, ja. Cosmo ist wieder mit dabei. Möchtest du zu den Ruinen? Möchtest du? Welche Ruinen denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung, ob es welche gibt. Ja, so ist es. Ich will mit Wölkchen zu den Ruinen von Ula Ula. Aber um dorthin zu gelangen, muss man zuerst eine Wüste durchqueren. Dich zu bitten, mich dorthin zu begleiten, wäre eindeutig zu viel verlangt. Aber in der Bibliothek von Malie soll es ein Buch geben, das mir vielleicht weiterhelfen könnte. Wird es dir mir vielleicht aber helfen, danach zu suchen? Okay, dann mache ich das. Ich weiß, dass die Bibliothek von Malie irgendwo im Zentrum von der Malie City liegt. Das sollte ich also schon irgendwie hinfinden. Okay, ja, dann versuch mal dein Glück. Ich komme dann schon irgendwann hinterher. So, hier liegt nochmal was für ein Zygarde rum. Schutz brauchen wir jetzt gerade nicht. Hier sind sehr viele Autos. Ja, der Zygarde-Würfel hat wieder eine geheimnisvolle Lebensform absorbiert. Und hier, mit ihr. Hatten wir mit ihr schon geredet? Juhu. Okay, ja, läuft bei dir. Alles klar. Ja, was haben wir denn? Was geht jetzt schon wieder los? Die nächste Sequenz. Rotom. Professor. Wer ist denn das? Ist das Eich? Nee, irgendein anderer, hä? Oh, hallo Rotom. Na, gefällt es dir in deinem Pokédex? Wie? Brrrrrrrrrrst. Ah, okay. Und wer bist du denn jetzt hier? Ah, das ist Eich. Alles klar. Das ist der Eich. Wenn ich mich vorstellen dürfte. Mein Name ist Heinrich Eich. Ich bin Pokémon-Forscher und untersuche die Regionalformeln der Pokémon in Alola. Merlin, wenn ich mich nicht irre. Kukui hat mir viel von dir erzählt. Rotom unterstützt diese junge Frau nach allen Kräften auf ihrer Inselwanderschaft. Natürlich mache ich das, Sir. Und du musst mir versprechen, dich gut um Rotom zu kümmern, Merlin. Sein Erfinder, ein junger Genie aus Kalos, ist schon sehr gespannt, wie sich der Rotom-Pokédex auf deiner Reise schlägt. Du findest mich in der Bibliothek von Malie, wenn du mich brauchst. Zur Bibliothek kommst du, wenn du den Mustern ab der Straße in diese Reihenfolge folgst. Schwarzer Kreis, schwarzes Dreieck und schließlich schwarzes Viereck. Ja, da wir aber ohnehin die ganze City erkunden, würden wir da wohl hinfinden. Dort müssen wir auf jeden Fall rein, alles klar. Oder finden wir die Bibliothek dann nur, wenn wir das Rätsel gelöst haben? Ich weiß es nicht. Was ist hier? Hier ist Eingang versperrt von einem Makuhita-Pappaufsteller oder sowas. Na gut. Wir schauen. Ist doch ein bisschen größer die Stadt, oder? Hör gut zu, junge Dame. Über Sofortlink kannst du dich auf der Stelle mit Spielern in der Umgebung verbinden. Wenn allerdings viele Leute in deiner Nähe sind, weißt du nicht, mit wem du verbunden wirst. Alles klar. Also was ist hier? Kann ich das lesen? Nein, das geht nicht. Aber wir können reingehen. Was gibt es hier drin? Ah, wieder so ein Kaffee, so Malasadas oder was gibt es hier zu kaufen? Jaja, Malasada-Lagen. Ja, ich möchte aber überhaupt nichts kaufen. Ich rede nur mit den Leuten hier. Ist ein Pokémon einmal satt, ist es auch keine Malasadas mehr. Egal wie lecker sie aussehen. Ich bin da leider nicht so vernünftig, aber so bin ich nun mal. In Alola kümmern sich Feuerwehrmänner nicht nur um das Löschen von Bränden, sondern auch um Leute, die in Seenot geraten sind. Daher können wir auch surfen. Das ist doch eine schöne Sache. Bittere Speisen schmecken nur Erwachsenen. Heißt das, mein Pokémon ist erwachsen? Ja, das weiß ich nicht. Wuffel sieht immer gleich aus. Das Wuffel sieht immer gleich aus. Gut, ausgewachsen könnte man es bezeichnen, wenn es sich entwickelt hat. So, wer bist du denn? Hi! Okay, ja, läuft bei dir. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss jetzt einfach irgendjemandem den Weg erklären. Egal wohin. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Weg zur Bibliothek? Den findest du, wenn du von hier aus den Weg weiter nach Norden folgst. Puh, das habe ich gut getan. Jetzt fühle ich mich wie ein echter Polizist. Der lässt mich hier wohl nicht? Doch. Ich dachte, wir können ja nicht weiter. Aber das ist Route 11. Ja, okay. Interessant. Route 11. Route 11. Und hier geht es zu Route 10. Ja, aber hier haben wir auch noch ein Häuschen. Da schauen wir auch noch mal rein. Was ist denn hier los? Herzlich willkommen im Sushi Walk. Was darf es denn heute sein? Ne, ich möchte jetzt ehrlich gesagt nichts essen. Wir reden nur mal mit den Leuten hier. Mensch, da habe ich einen Kohldampf. Und dann kann ich mich nicht mehr entscheiden, welches Z-Menü ich hier im Sushi Walk nehme. Im Z-Menü? Okay. Das klingt spektakulär. Vielleicht probieren wir es doch mal aus. Das Wasser der Waschbecken in der Pokémon-Sense ist mit heilenden Essenzen von Kugelion gereichert, was wohl den Wohlgeruch erklärt. Kineafisch ist ein ganz zähes Pokémon. Da geht selbst zu Heidu die Düse. Deswegen arbeiten die Rettungsschwimmer mit ihm zusammen, um am Badestrand für Sicherheit zu sorgen, so wie ich damals auch. Oh ja, ein Schwank aus der Jugend. Ja, den hört man immer gern. Alle haben Bock auf Sushi Walk, verstehst du? Alles klar. Ich sehe schon, ja. Wahnsinniger Andrang hier. Ist hier noch was los? Ja, Urlauber haben wir hier. Lass uns Pokémon tauschen. Wenn du mir ein Pam-Pam überreißt, gebe ich dir ein Bonaira. Ich habe leider kein Pam-Pam. Aber Bonaira brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. In der Carlos-Region habe ich ein Restaurant mit demselben Namen besucht. Darauf trinke ich erstmal eine Tasse Tee. Ja, was bringt das denn? Ich muss ja wahrscheinlich Geld bezahlen, wenn ich hier was esse, oder? Hier hast du die Speisekarte. Okay. Jedes Menü kostet 4.000. Das Z-Menü Ninja, Samurai, Geisha, Ronin. Okay. Wir nehmen das Z-Menü Samurai einfach mal. Hinten haben wir einen Tisch frei, Junge. Junge Dame, ja. Okay. Wir kriegen sogar tatsächlich Essen auf den Tisch gestellt. Das sieht schon mal sehr interessant aus. So. Hier ist das gewünschte Z-Menü. Bringt das auch irgendwas, dass wir jetzt hier was essen? Oder bringt das nur 4.000 Dollar weniger? Das war wirklich ganz vorzüglich. Alles von der gemischten Gemüsepalette ist auf dem Punkt durch und zergeht auf der Zunge. Die Reisbärchen bestechen durch verschiedene Füllungen. Das ist spannend und lecker zugleich. Das war absolut köstlich. Vielen Dank. Eine Aufmerksamkeit des Hauses gibt es hier noch. Immerhin. Vier Herzschuppen. Ja, okay. Vier Herzschuppen für 4.000 ist, denke ich mal, ganz okay. Okay. Es wäre jetzt richtig Abzucker gewesen. Du setzt dich zum Essen hin und da passiert einfach mal gar nichts. Das wäre schon fett gewesen. Route 10, Route 11. Okay. Die Vogelpokémon in Alola würde ich nicht unbedingt als zutraulich, sondern eher als temperamentvoll bezeichnen. Route 10. Dort haben mir Vogelpokémon das Leben schwer gemacht. Wenn du dorthin willst, solltest du dich in Malia City gut vorbereiten. Ja, aber ich kann trotzdem hingehen. Okay. Route 10. Okay. Route 10 und Route 11 können wir beides besuchen. Das heißt, zwei Encounter könnten wir bekommen. Ja. Wir müssen aber Malia City mal noch ein bisschen erkunden. Die Stadt ist nicht gerade klein. Wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Ja. Bei mir ist alles gut. Alles fit im Schritt. Was ist das für eine Route? Dort geht's zur Recyclinganlage. Nur damit du Bescheid weißt. Wenn dich sowas interessiert, bitteschön. Ich halte dich nicht auf. Wie schön und nett, dass die Leute einem hier alles erklären, ja? Was ist hier los? Ah. Wir sind jetzt an der Bibliothek angelangt. Okay. Naja. Dann machen wir das eben erst mal. Merlin, entschuldige bitte, aber ich hab mich schon wieder verlaufen. Ich bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen, bis ich irgendwie in einer Boutique gelandet bin. Und als ich dort dieses tolle Outfit gesehen habe, konnte ich einfach nicht widerstehen. Aber angezogen hast du's nicht. Es war das letzte Exemplar. Dabei bin ich mir nicht mal sicher, ob ich den Mut aufbringen kann, es auch zu tragen. Aber mein Ausflug war nicht ganz umsonst. Eine der Verkäuferinnen hat mir verraten, wo ich die Bibliothek von Mali hier finden kann. Sie war ganz in der Nähe. Ein Pampros, Achtung! Ein Pampros, das rennt dich gleich um. Ach du Scheiße. Und wer bist du? Kleine Dame. H-Pu-U. Lang ist sehr, Merlin. Ah, wir haben uns schon mal gesehen, oder? Deine Inselwanderschaft geht gut voran. Wie ich sehe, das wird den Schutzpatron freuen. Möchtest du mir nicht deine Freundin vorstellen? Ähm, mein Name ist Lilly. Okay, ja. Tut mir leid, dass mein Pampros dich eben so erschreckt hat. Du siehst nicht so aus, als wärst du auf Inselwanderschaft. Oder irre ich mich da? Nein, nein, ganz gewiss, das ist richtig, ja. Ich interessiere mich nur für die alten Ruinen, weil... Nun ja, ich habe meine Gründe eben. Ja, du bist neugierig, das gefällt mir. Ich kann euch gerne den Weg zeigen, verlass dich auf mich. Mein Pampros sieht nicht nur stark aus. Zwei Passagiere sind für ihn ein leichtes. Ja, vielen Dank, ja. Okay, und reiten wir jetzt Pampros, oder wie? Oder was? Oder was geht jetzt voran? Da geht sie einfach random wieder weg? Okay. Zuerst sollten wir aber in der Bibliothek vorbeischauen. Okay, Lilly besteht erstmal darauf, in der Bibliothek vorbeizuschauen. Sogar eine weitere Etage gibt es hier, sehr interessant. Ich bin auf der Suche nach einem alten Buch. Dieses Buch enthält eine Legende, von der mir Professor Burnett erzählt hat. Sie besagt, dass die legendären Pokémon von Alola eigentlich aus einer anderen Welt kommen. Okay. Und da schreitet sie schon mal nach oben. Lässt mich unten stehen. Dann reden wir erstmal mit den Leuten hier. Man kann all die Bücher umsonst lesen. Am liebsten würde ich hier einziehen. Ich werde nicht drohen, bis ich jedes einzelne Buch, jede einzelne Seite und jeden einzelnen Buchstaben auf der Welt gelesen habe. Da wünsche ich dir viel Spaß bei deiner Mission. Mission Impossible haben wir hier. Und was kann man bei dir tun? Die Bücher in der Bibliothek von Malie stehen jedem frei zur Verfügung. Das klingt auch sehr nett. Daheim in Yoto benutzen wir einfach die Attacke fliegen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Stimmt es, dass es in Alola nicht erlaubt ist? Ach wirklich? Ich weiß es nicht. Oh ja, ich habe richtig Ärger bekommen, als ich es versucht habe. Angeblich verstößt es gegen das Gesetz. Aber wie fliegt ihr denn in Alola dann? Ja, auf Glurak. Was? Ihr trainiert extra Glurak, damit ihr auf ihn reiten könnt? Das ist irgendwie seltsam, aber gleichzeitig auch ziemlich cool. Jetzt weiß ich schon viel mehr über Alola. Hier, vielen Dank. Eine kleine Aufmerksamkeit. Eine TM. Oh, die TM fliegen. Ja, sehr, sehr nett. Und das darf man hier nicht einsetzen? Das ist sehr interessant. In Yoto kennt man das eigentlich als VM. Also als versteckte Maschine. Ist ziemlich selten, weißt du. Aber hier ist sie wohl in stinknormale TM. Vielleicht kannst du sie an Kämpfen benutzen. Oh ja, an Kämpfen, ja, aber außerhalb wahrscheinlich nicht. Ich kann hier... Ja. Gibt hier kein einziges Buch, was ich anreden kann. Angeblich gibt es in der Bibliothek ein Buch über das legendäre Pokémon, das man als die Sonne Alolas bezeichnet. Das klingt doch sehr interessant, ja. Ein Alola Mauzi haben wir hier noch. Alles klar. Ja, da ist aber nichts weiter los. Und da hinten ist der Eichelus, ja. Das ist ein Bilderbuch für Pokémon. Sehr schön. Na, Eich, altes Haus. Alola Merlin. Durch die Inselwanderschaft bist du mit den Regionalformen der Pokémon bereits bestens vertraut, oder? Nö, teils, teils, wa? Das habe ich mir gedacht. Die Regionalform. So nennt man es, wenn ein Pokémon durch den Einfluss seiner Umgebung, Form und Typ ändert. Falls du einmal die Regionalform eines Nobilikids im Team haben solltest, zeig es mir bitte. Oh, da sind wir letztens ganz knapp vorbeigeschrammt. Im Malia Tiergarten hätten wir einen Alola Mauzi bekommen können. Ja, aber als erstes ist natürlich ein Aranestro gespawnt. Und wir hatten die Vorentwicklung schon. Da hat sich für uns leider nichts abgespielt. So, Lily hier. Links in der Ecke steht eine interessante Person. Wer ist die denn? Die konnte schon angelaufen. Das Buch ist sehr wertvoll. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es überhaupt ausleihen dürfen. Na, wer bist du denn? Ja, sag doch mal. Goldener Armreif am Oberarm. Auch selten was. Meinst du vielleicht das hier? Wir früchten mal einen Blick rein. Wie, 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 vielen Dank. Okay, ja. Ist das das Buch? Mal sehen. Oh, hier. Der Titel lautet Das Licht von Alola. Dann ließ mal, ja. Plötzlich tat sich am leeren Himmelszelt ein Loch auf und heraus trat eine Kreatur, die vom König Alolas als Sonnenverschlinger verehrt wurde. Umhüllt von gleisendem Licht rang die Kreatur die Schutzpatrone der Insel nieder. Und wo geht sie? Und machte sich sie zu Untertanen. Die Linie der Könige Alolas ward für derhin vom Glanz des Sonnenverschlingers beschienen. Sein lebensspendendes Licht bescherte allen den reichen Segen der Natur. Gemeinsam schufen die Kreatur der Sonne und ihr Gegenstück, die Kreatur des Mondes, so neues Leben, über welches sie zu wachen, die Schutzpatrone stellten. Um ihre Dankbarkeit gegenüber dem Sonnenverschlinger Solgaleo Ausdruck zu verleihen, ließ man fortan den Klang zweier Flöten an einem Podium ertönen. Alles klar, sehr interessant, der Sonnenverschlinger Solgaleo. Spannend, oder? Die Bücher meines Vaters sind alle so mitreißend. Ich bin übrigens Lola. Lola? Aha. Wie bitte? Aber wie kommt es, dass dein Vater solch ein altes, wertvolles Buch besitzt? Tja, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich stamme von einem alten, ziemlich beeindruckenden Volk ab. Okay. Das Buch muss leider in der Bibliothek bleiben, damit es nicht von Pokémon angeknabbert wird. Ich kann euch noch viel mehr über die Legenden Alolas erzählen. Oh, äh, äh, das freut mich zu hören. Vielen lieben Dank. Ich glaube, ich bleibe nur eine Weile hier. Auf dich wartet die nächste Prüfung, richtig? Ich meine, in einem meiner Bücher stammt, dass die Prüfung vom Typ Elektro auf Ula Ula über den Bus von Route 10 aus erreichbar sei. Oh, Elektro. Das ist ja wieder Kacke, Alter. Das klingt ja schon wieder richtig kacke. Da müssten wir Route 10 und 11 abklappern und hoffen, dass wir irgendwas Spannendes bekommen. Und wieder können wir nicht zu den Ruinen gehen, aber hier ist immerhin ein Buch. Die Schutzpatrone und die Könige der Urzeit. Die Kapu zogen schon für die frühen Könige der Inseln an vorderster Front ins Gefecht. Es heißt, die mit Z-Kraft geführten Kämpfe hätten auf den Inseln so schlimme Verheerungen angerichtet, dass die Kapu den Menschen ihre Kräfte fortan nicht mehr zur Verfügung stellten. Du bist auf Inselwanderschaft, stimmt's? Von hier aus kommt man recht schnell zur Prüfung am Okulaniberg. Man kann die Prüfungstätte aber nur mit dem Bus erreichen, der von Route 10 ausfährt. Okay, sehr interessant. Hier sind einige Bücher, die wir lesen können. Die Schutzpatrone und die Inselkönige. Die Kapu erwählen die Inselköniginnen oder die Inselkönige ihrer jeweiligen Lebensräume, indem sie ihnen spezielle Glitzersteine anvertrauen. Nach welchen Kriterien sie dabei vorgehen, bleibt für uns bis heute ein Mysterium. Die Schutzpatrone der Inseln. Die Kapu verbringen ihre Zeit für gewöhnlich fest eingeschlossen in ihren Schalen und absorbieren dabei die Energie der Natur. Ihre mit Energie gespeisten Schalen sind mit den Jahren ganz hart und robust geworden. Und hier haben wir das legendäre Pokémon und die Schutzpatrone der Inseln. Das legendäre Pokémon und die Kapu lieferten sich einen verbissenen Kampf, aus dem kein Sieger hervorgehen. Es heißt, das legendäre Pokémon habe den Kapu daraufhin geheimnisvolle Kräfte zuteilwerden lassen. Aha, interessant. Man muss schon... Man muss erst schlechte Bücher gelesen haben, um gute erkennen zu können. Ja, das war der Satz des Abends, wa? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das nach festgelegten Mustern lebt. Dabei sollte man mit offenen Augen durchs Leben gehen. Ah ja, sehr interessant. So, schöne Sache hier, die Bibliothek. Aber wir sind jetzt hier erstmal fertig, gehen wieder raus. Aber Malia City... bietet schon noch einiges mehr. So, hier waren wir. Hier geht es zur Recyclinganlage. Hier können wir noch die City, die Hood anschauen. Hier, schöne Pokémon. Was ist hier? Ein bisschen Holz oder Tee-Träger. Ein paar Tee-Träger oder was. Man weiß. Hier ein Dreieck. Hier ein Dreieck auf dem Boden. Hier können wir nicht reingehen. Bisschen schwierig, den Überblick hier zu behalten. Können wir hier... Hinter... Nein, hier geht es auch nicht dahinter. Okay. Schauen wir mal. Wo können wir denn noch was... Hier, das sieht aus, das ist ja die Boutique, oder? Der hatte sich wohl Lilly verlaufen, verirrt. Wir reden mal mit den Leuten hier. Was ich tragen will, steht mir meist nicht. Und was mir steht, will ich meist nicht tragen. Na, dann geh doch nackt. Das ist wohl die beste Lösung. Entschuldige, aber dürfte ich dich um etwas bitten? Na klar. Was denn? Vielen, vielen Dank. Das ist zu nett von dir. Ich sag's einfach frei heraus. Ich bin tot der Fanat und dein Pokémon namens Togedemaru. Ich muss nur daran denken und schon fange ich am ganzen Körper an zu zittern. So schaffe ich es nie, mir eins zu verfangen. Würdest du vielleicht eins fangen und mir sein Pokédex-Einkart zeigen? Beim Erdwärmekraftwerk sollte es einen Togedemaru geben. Du erkennst sie an ihren süßen, spitzen Stacheln. Wenn du es schaffst, bekommst du natürlich auch eine Belohnung von mir. Viel Erfolg. Alles klar. Togedemaru. Beim Erdkraftwerk, sagte er, glaube ich. Das ist viel zu schlicht. So wirkt es zu viel zu hart. Nimm dir doch mal ein Beispiel, ein Slimer und trage eine etwas auffälligere Farbe. Das ist eher seine Hautfarbe und keine Kleidung, oder? Überlasse ich meiner Frau die Kleiderwahl, gibt's wenigstens keinen Streit. Du weißt doch auch etwas, ne? Geben und Nehmen ist das. Kleidung, die nur existiert, damit sie schmutzig wird. So ein Overall hat's eben auch nicht leicht. Naja, aber er erfüllt seinen Zweck, oder? Das kann man doch nicht abstreiten, ne? Was haben wir hier? Auch noch. Der Haarschneider ist hier nochmal. Das Pudelpokémon mit dem zotteligen Fell sieht man in Alola überhaupt nicht. Mir juckt es dermaßen in den Fingern, ihm das Fell zu schneiden. Ich halte es kaum aus. Welches Pudelpokémon? Mit meiner neuen Frisur fühle ich mich wie ein neuer Mensch. Leider sieht sie unter meiner Mütze bloß niemand. Naja, macht doch nichts. Hauptsache du weißt, dass sie da ist. Das ist alles, was zählt. So, in der Straße waren wir. Jetzt gehen wir hier weiter runter. Hier geht's wieder raus. Und hier können wir aber wieder irgendwo reingehen. Was ist denn das für ein La? Ne, hier waren wir drin, oder? Der Sushi-Walk war das hier. Hier waren wir drin. Im Sushi-Walk waren wir drin. Okay. Das war der Malasada-Laden. Hier ging's nicht rein. Schauen wir mal, haben wir hier irgendwas verpasst? Ne, das war die Boutique. Da haben wir eigentlich alles, so ziemlich alles, von Malia City gesehen, oder? Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, haben wir jetzt hier sehr viel oder alles gesehen. So, hier oben gibt's nichts. Wir sehen ein bisschen was vom Meer. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann gehen wir mal zur Recycling-Anlage. Malia City Cup am Stadtrand. Und hier gibt's auch noch einen Encounter. Sehr schön. Aber wir kämpfen erst mal hier mit dem Meister. Sauberkeit geht über alles. Als Hausmeister ist selbst meine Art zu kämpfen völlig sauber. Und clean, ja. Keine Steroide und so dabei. Da schauen wir mal. Der Hausmeister Malcolm mit zwei Pokémon. Ja, wir haben nur noch vier Pokémon, mit denen wir aktuell kämpfen können, weil zwei sind echt zu schwach, ne? Aber richtig schwach. Unter Level 20, glaube ich. Unrat-Hytox auf 26 ist ein Gift-Pokémon. Wäre jetzt Psycho was Feines. Oder aber wir machen erst mal einen Step-Nass-Schweif und schauen mal, wo der uns hinführt. Gyarados ist ja ein stabiler Typ, der gut auszahlen kann. Und das ist ein One-Shot. Das kann man doch echt so stehen lassen. Sehr, sehr schön. Aber der Malcolm hat noch ein zweites Pokémon. Und es ist ein Unrat-Hytox auf Level 27. Auch hier der Nass-Schweif auch reicht. Das ist jetzt, glaube ich, ein Level stärker als das vorherige, oder? Ah, ganz knappe Geschichte, du, ganz knappe Geschichte. Es hortet etwas, aber da es wahrscheinlich nur noch ein KP oder sowas hat, sollte auch der Biss genügen. Genau, genau. Genau, der 3. Ich glaube, den Mirken besiegt. Ich bin jetzt echt gespannt, ob wir jetzt einen coolen Encounter bekommen. Das wäre richtig nice. Hier oben steht schon wieder ein Ast-Trainer rum. Okay, ein Gegengift. Wie weit geht denn das hier überhaupt? Hier ist nochmal ein bisschen hohes Gras. Hier ist das wie der Eich. Das ist doch schon wieder der Eich, oder? Hier ein Item. Einmal X-Tempo finden wir hier. Okay. Ja, schauen wir erstmal hier rein. Ey, komm, bitte. Gönn ein neues Pokémon. Eins, was wir noch nicht hatten. Es ist doch die Verarsche pur, oder? Das ist doch die Verarsche pur hier. Mangus-Bektor. Ja, leck mich doch. Ja, leck mich doch. Es wird wieder nichts. Nächstes Gebiet, wieder kein Encounter, weil es sich wieder gedoppelt hat. Nur mal so, wenn jetzt wieder ein Pokémon kommt, was wir noch nicht hatten. Ein Pelepper schwirrt hier oben rum. Das hätte ich gern genommen. Ein Un... Ja, klar. Ja, klar. Direkt das nächste Pokémon. Genau wie im Malie hier Ziergarten. Ich sehe da Pokémon, welche sie noch nicht hatten. Wir haben auf Ula Ula aktuell noch keinen Encounter bekommen können. Das ist schon das zweite Gebiet, ja? In dem er uns versagt wurde. Könnte man das Pelepper... Ne, ne, das geht nicht. Schade, schade. Ist hier noch irgendwas? Ah, hier haben wir noch ein Item. Alles klar. Ein Nugget finden wir hier. Okay. Naja. Das ist wieder mal sehr, sehr ärgerlich. Aber kannst du nichts machen. Hey, du da. Hast du einen Augenblick Zeit? Na klar doch. Super, vielen Dank. Nenn mich einfach Styler. Das kommt jetzt etwas plötzlich. Aber du und ich, wir müssen über deinen Trainerstil reden. Du weißt schon, über deinen Stil als Trainer, wie du Pokébälle wirfst, deine Lieblingspose und wie du einen Kampf gewinnst und so weiter. Ich war früher mal Choreograf und hab mir solche Posen beruflich ausgedacht. Aber mir fehlt immer noch ein Nachfolger, an den ich mein Wissen weitergeben könnte. Und da kommst du ins Spiel. Bitte, 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 fass dir ein Herz und werde meine Nachfolgerin. Na, erfüllst du einem alten Mann seinen Wunsch? Komm schon, du musst einfach Ja sagen. Jo, und was muss ich da jetzt machen? Na super, endlich hab ich eine Nachfolgerin. Du machst dich besser schon mal locker, denn wir starten gleich durch mit der Lektion 1 meines Intensivkurses zum Thema Trainerstil. Also es geht los, meine Lieblingsschülerin. Mach einfach meine Bewegungen nach. Okay. 1, 2, 3 und 4. Stil beweisen wollen wir. Du hast den lockeren Stil erlernt und was bringt das? Du hast nun den lockeren Stil gemeistert. Gut gemacht. Wenn du deinen Trainerstil ändern möchtest, brauchst du nur den alten Styler anzusprechen. Ja, ja, ich soll wiederkommen, wenn ich mehr Erfahrungen gesammelt habe. Okay, wir haben jetzt den lockeren Stil, aber ich weiß überhaupt nicht, was das bringt. Ob wir das irgendwo sehen? Ob wir jetzt der Kampf beginnen, die Posen anders sind, ich weiß es nicht. Wir reden mal mit dem Eichelus hier. Alola, wie geht's? Wusstest du, dass die Slime an Alola eigentlich aus einer anderen Region stammt? Deshalb nennt man sie auch eingewanderte Pokémon. Und weil es in Alola so wenig Schlamm für sie gibt, fressen sie stattdessen Abfall. Die sie, da sie die Giftstoffe, die sie über die Nahrung aufnehmen, im Körperinneren konzentrieren, riechen sie weniger streng als ihre Artgenossen. Doch nimm dich vor den Kristallen an ihren Körpern in der Nacht, die sind extrem giftig. Danke fürs Zuhören, hier ein kleines Geschenk. Ein Freundesball finden, bekommen wir hier, finden wir nicht, bekommen wir, okay. Versuche deinen Pokédex zu vervollständigen, das wird auch Rotom sehr freuen. Und weg ist er. Ein Blick aufs Weiteremeer und all meine negativen Gedanken sind wie weggeblasen. Es ist ein wenig wie mit dem Dunkelnebel, der hebt im Kampf alle Statusveränderungen auf. Ja, wir sind hier an der Mülldeponie und was kommt denn Mango Spektro? Wir hätten hier wahrscheinlich auch einen Slimer bekommen können oder sowas, ne? Wenn jetzt ein Slimer kommt, dann weißt du Bescheid. Ne, es kommt nochmal Mango Spektro, das nervt aber sowas von. Warum doppeln sich die Pokémon immer so stark? Es waren jetzt schon verdammt viele Routen dabei, denen wir keinen Counter bekommen hatten. Es wird langsam echt viel und wird auch echt nervig, zumal wir erst 15% von Mele-Mele-Decks gefüllt haben. Und von den anderen brauchen wir jetzt erstmal gar nicht reden. Da ist es ja noch weniger. So einen Ast-Trainer haben wir hier. Okay, was geht denn jetzt schon wieder ab? Gut, das reicht. Ab nach Hause. Hey, du da. Das geht nicht. Wir sind noch bei der Arbeit. Was denn? Du wirst ja jetzt wohl nicht so kleinlich sein. Sie will doch nur sehen, was wir hier machen. Ist doch nichts dabei. Okay, äh, Steff. Das, äh, dann erkläre ich dir mal alles. An diesem Ort entsorgen wir den gesamten Müll, der in Alola anfällt. Dafür arbeiten wir eng mit unseren Pokémon zusammen. Die Angestellten bringen den Müll zu, sind Slimer und Slimog. Und die fressen ihn dann für uns. Das Slimog, unsere Chefs, kann sogar bis zu 10 Tonnen an einem Tag verdrücken. Das ist krass. Das ist krass. Tja, mein Slimer und ich arbeiten hier erst einmal nur auf Probe. Sag mal, ist das nicht ein Inselwanderschaftsabzeichen? Als ich noch ein Kind war, habe ich mich auch an den Prüfungen versucht. Es war mir aber zu anstrengend. Deshalb habe ich es irgendwann aufgegeben. Weißt du was? Mein Slimog sieht aus, als hätte es ein bisschen zu viel gefuttert. Wäre es so gut, ihm mit einem Kampf bei der Verdauung zu helfen? Naja, okay. Dann halt. Dann machen wir das. So lobe ich mir das. Lass uns anfangen. Kämpfen wir jetzt gegen den Chef, oder? Gegen den Paps hier. Papa. Da hat dieser hier Hausmeister, der Geralt, mit einem Pokémon. Er hat einen Slimer, oder was war das? Slimog? Ein Slimog ist das. Okay. Da schauen wir mal. Welches Slim... Uh, Alola. Die Alola-Form ist das hier. Die sieht cool aus. Die finde ich richtig cool. Er ist auf Level 27, aber das hat jetzt, glaube ich, einen anderen Typ. Oder so teilweise einen anderen dazu bekommen. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, welche Typenkombination das hier ist. Wir machen erstmal einen Nassschweif. Der kommt eigentlich immer ganz gut. Aber das hält das Ding aus. So, Säurespeier, okay. Minus 2 gibt es jetzt immer. Spezialverteidigung. Das ist dann auf Dauer nicht gut. Aber der nächste Nassschweif sollte eigentlich reichen. Und der trifft auch alles. Safe. Alles in Butter. Haben wir das Slimer direkt. Und der Jocht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja. Mister Sturm auf Level 33 gezogen. W auf 23. Fluffy auf 19. Sehr gut. Das geht auch für die Underdogs weiter voran. So, und das war's ja mit dem Geralt, ja? Ich hab nichts anderes erwartet. Ziemlich beeindruckend, Mädchen. Unglaublich. Du hast das Slime auch des Chefs einfach. Krieg dich wieder ein. Du bist als nächstes dran, Junge. Aber mein Slime und ich, wir schaffen das niemals. Jetzt reicht's aber. Du, so warst du schon als Kind. Und sobald ein bisschen knifflig wird, schmeißt du alles gleich hin. So wie bei den Prüfungen. Und so jemand nennt sich mein Sohn. Weißt du, eigentlich wollte ich dir meinen Platz hier überlassen. Aber solange ich mir noch nicht solche Sorgen um dich machen muss, geht das einfach nicht. Aber Papa. Okay. Ab jetzt werde ich nicht mehr weglaufen, sondern alles geben. Lass uns kämpfen. Okay, dann kämpfen wir auch noch gegen Sainz hier. Das würde wohl auch... Okay, ist ein Astrener, ne? Astrener, Linus, ein Pokémon. Ob der jetzt irgendwas anderes, irgendwas Unerwartetes hat? Er hat... Okay, er hatte schon einen Slimer. Es ist noch nicht mal entwickelt, ne? Das heißt, vielleicht können wir das... Ist auf 29, ist schon mal ein bisschen besser gelevelt. Vielleicht. Aber vielleicht können wir das Slimer one-shotten, ne? Wir müssen mal schauen. Der Nassschweif, der kommt durch. Wunderbar. Aber der reicht auch nicht. Aber das ist okay. So, Abschlag. Giftgriff für eine Vergiftung. Gönnt er auf jeden Fall schon mal. Das Münz-Amulett. Okay. Naja, aber es ist ja nicht mehr viel Damage. Es ist ein Unlicht-Pokémon. Das heißt, vielleicht reicht auch der Eiszahn, ne? Vielleicht reicht ja auch der Eiszahn schon aus. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Aber überhaupt keine Hürde hier. Sehr, sehr nette Geschichte. Aber wir haben es geklärt. Wir haben Vater und Sohn besiegt. Einer Slimer, einer Slimog. Wunderbar. Verflixt noch mal. So, und du? Es tut mir leid. Ich tauge einfach zu nichts. Du bist eingestellt. Papa? Nicht Papa, sondern Chef. Du bist eingestellt, sage ich. Und zwar nicht als Angestellter, sondern als Chef. Verstanden? Hm? Was? Du bist ein mutiger Trainer. Mutigerer Trainer als ich. Alles, was ich wollte, war dich und ein Slimer so kämpfen zu sehen wie eben. Ihr habt alles gegeben. Und deshalb will ich, dass ihr meine Nachfolger in der Firma antretet. Vielen, vielen, vielen Dank, ehemaliger Chef. Es ist mir eine Ehre. Hey, tut mir leid, dass du da eben in unseren kleinen Familienzwits verwickelt wurdest. Aber ich habe dein Inselwanderschaftsabzeichen gesehen. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Hier nimmt es als Entschädigung. Ist zwar verbogen, aber kein Müll. Da hängt der Krummlöffel. Oh, der ist cool, ja. Für Psycho-Pokémon eine feine Sache. Jetzt, wo ich einen neuen Chef vernannt habe, bin ich gleich viel beruhigter. Wir werden uns auch weiterhin um den Müll von Alola kümmern. Ja, Papa. Aber jetzt machen wir erstmal Urlaub. Okay, und weg sind sie. Wunderbar. Die Recyclinganlage besteht zu 100% aus recyceltem Material. Jetzt sind sie hier. Oh, du bist. Vielen Dank, dass du uns beiden auf die Sprünge geholfen hast. Ja, gern doch, gern doch. Mein Slimer und ich legen uns jetzt bei der Arbeit mächtig ins Zeug. Hoffentlich geht es dir genauso. Wir feuern dich auf jeden Fall an. Ja, danke. Jetzt sind wir an der Recyclinganlage fertig. Wir gehen mit gesenktem Haupt, denn wir haben immer noch keinen neuen Encounter hier bekommen. Aber das macht nichts. Vielleicht können wir das ja am nächsten Part nachholen. Und wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt gern den Kanal. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und tschüss. Ja, schönen wir uns. Bis zum nächsten Mal.